Das heißt, der kann gar nicht mehr sagen Nein oder so, der kann vielleicht höchstens sagen, ja, Mittwoch 17 Uhr ist ein bisschen schlecht, aber dann gehst du direkt hin, ja gut, dann machen wir Donnerstag 11 Uhr oder Donnerstag 18 Uhr und so weiter und bringst ihm direkt andere Vorschläge. Das heißt, du bringst ihn hier direkt zum Termin und versuch auch, dass du diesen ganzen Weg hier extrem kurz hältst. So, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video und heute soll es mal wirklich um das Thema Telefonakquise gehen, weil ich eigentlich so gut wie in jedem Fragesticker in Instagram immer die Frage bekomme, wie funktioniert Telefonakquise, ist Telefonakquise überhaupt noch gut genug, ist das überhaupt eine Methode, die gut funktioniert und so weiter und ich muss sagen, Telefonakquise ist nach wie vor eine der besten Möglichkeiten, um seine Dienstleistung, um sein Produkt eben zu verkaufen, aber gerade im Dienstleistungsgeschäft hat sich Telefonakquise in den letzten zwei Jahren extrem verändert. Deswegen, ich habe damals, wo ich angefangen habe mit meiner eigenen Social Media Agentur, hatte ich circa 100 Leute am Tag angerufen und habe teilweise 100 Absagen bekommen. Warum? Weil ich teilweise diese Oldschool-Verkauftaktiken von irgendwelchen Verkaufstrainern oder so angewandt habe und ich eigentlich nicht so ganz gecheckt habe, wie Verkauf 2018, 2019 und auch in Zukunft funktionieren wird. Und ich will euch mal generell, ich habe euch hier generell schon mal was aufgemalt und zwar will ich da jetzt mal drauf eingehen, mit welchem Leitfaden ihr am Telefon, gerade eben mit einer eigenen Agentur oder so, hier auf jeden Fall zum Terminabschluss kommt. Deswegen, wie gesagt, die meisten haben immer das Problem, dass sie ein Skript nehmen. Ich persönlich bin überhaupt nicht der Fan von Telefonskripten. Ich bin immer der Fan von irgendwelchen Leitfäden, weil ich es einfach auch mittlerweile mitbekomme. Ich betreue mittlerweile über 300 Kunden im Bereich Social-Media-Agentur, die ihre eigenen Agenturen haben und so weiter. Und deswegen merke ich auch, es gibt total viele unterschiedliche Typen im Verkauf. Der eine, der so der absolute Verkäufer, der andere ist ein bisschen zurückhaltend, der andere hat die Wortwahl, der andere die. Das heißt, es wäre eigentlich blöd, wenn ich all diesen Leuten ein Skript geben würde, wo sie mit einer Wortwahl von mir, von meiner Praxis letztendlich arbeiten würden. Das macht absolut keinen Sinn. Deswegen, der erste Steps sind immer, du brauchst einen Leitfaden. Du brauchst einen Leitfaden, der gut funktioniert und wenn du den durchgehst, dann kannst du im Endeffekt auch zum Termin kommen. Und ich will dir generell mal jetzt so einen kleinen Leitfaden in diesem Video geben. Und zwar im ersten Step geht es natürlich daran oder darum, wenn ich jetzt beim Kunden anrufe, oder eben beim Interessent anrufe, dass ich erstmal den Sympathiefaktor wecke. Und zwar, also im ersten Step wirklich erstmal Sympathie. Ich muss ins Gespräch kommen und das ist eben genau das, eigentlich mit Abstand am wichtigsten. Wenn du direkt anrufst und sagst so, ja hallo, hier ist Max Weiß von Weiß Consulting & Marketing GmbH, es geht um Online-Marketing, zack, ist der Hörer wieder aufgelegt, weil sie sehen sofort, oh Verkäufer, der will mir was verkaufen und so weiter. Deswegen, was wir machen ist, wir wollen einmal natürlich mit viel mehr Sympathie anrufen. Das heißt, was wir beispielsweise oftmals machen, ist gar nicht den Firmennamen oder so sagen. Wenn wir in einem Fitnessstudio anrufen, dann denken die im ersten Step, wenn du nur den Namen sagst, du bist ein Mitglied, das heißt, die hören dir schon mal zu, du kommst schon mal ins Gespräch rein. Und dann, was wir im ersten Step auch immer machen, ist das Wort abgeben. Das heißt, wir rufen an und sagen zum Beispiel sowas wie, ja hallo, wir haben Ihnen vor ein paar Tagen mal eine E-Mail geschickt, haben Sie die bekommen oder hey, ich trainiere hier schon seit zwei Jahren im Fitnessstudio oder meine Schwester oder mein Opa hat schon mal ein Probetraining dort gemacht, dass man einfach irgendwie einen exklusiven Bezug zum Unternehmen hat und dann ruft man an und gibt im Endeffekt das Wort ab. Das heißt, du fragst ihn ja, haben Sie die E-Mail bekommen oder kennen Sie die Person, bla bla bla, die hat schon mal bei Ihnen im Fitnessstudio trainiert, auf diese oder durch diese Person bin ich auf Ihr Unternehmen gekommen, dann habt ihr schon mal das Wort abgegeben. Das heißt, ihr seid schon mal im Gespräch. So, das ist mal der erste Punkt, Sympathie und ins Gespräch kommen. Generell, wie gesagt, sollte so ein Telefonat immer gar nicht lang sein. Dann geht es darum, in diesem Step hier dein Produkt kurz vorzustellen, zu sagen, um was es geht und dann sofort rauszufiltern, okay, ist er dem Ganzen gegenüber positiv eingestellt, findet er es gut, findet er, dass es Sinn macht, zeigt er Interesse und sobald er das macht, gehst du direkt hin und sagst nicht irgendwie so, ja, sollen wir dann einen Termin machen, weil im Endeffekt kann er dann auch wieder mit Nein antworten und wird er wahrscheinlich auch, weil man muss wissen, Leute haben immer keine Zeit und so weiter, die wollen dann immer keine Termine machen. Deswegen, was du in diesem Step hier machst, wenn der Interesse zeigt, ist sowas wie, hey, ich merke schon, Sie haben Interesse, lassen Sie uns doch gleich für Mittwoch 17 Uhr einen Termin vereinbaren. So, dass du dem letztendlich nicht direkt eine Frage stellst, sondern direkt am Telefon mit ihm einen Termin ausmachst. Das heißt, der kann gar nicht mehr sagen Nein oder so, der kann vielleicht höchstens sagen, ja, Mittwoch 17 Uhr ist ein bisschen schlecht, aber dann gehst du direkt hin, ja gut, dann machen wir Donnerstag 11 Uhr oder Donnerstag 18 Uhr und so weiter und bringst ihm direkt andere Vorschläge. Das heißt, du bringst ihm hier direkt zum Termin und versuche auch, dass du diesen ganzen Weg hier extrem kurz hältst. Schau nicht, dass du irgendwie eine halbe Stunde mit dem Kunden telefonierst, sondern ins Gespräch kommst, Sympathie zeigen, kurz schauen, ob der irgendwie Interesse hat und sobald der Interesse hat, sagen, ja, ich merke schon, Sie haben Interesse. Ich kann Ihnen das Ganze auch mal ganz persönlich vor Ort komplett unverbindlich vorstellen. Lassen Sie uns doch Mittwoch 17 Uhr treffen. Zack, fertig, Termin ausmachen. So, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ihr stellt das Produkt vor und der Kunde hat eigentlich jetzt kein Interesse. Der sagt so, ja, er hat eigentlich, es macht eigentlich keinen Sinn und so weiter, habe ich auch oft genug gehabt und danach habe ich auch schon öfter mal 10.000 Euro Produkte noch verkauft oder so, wo Leute wirklich schon gesagt haben, nee, macht gar keinen Sinn, ist Schwachsinn, brauche ich nicht. War ein schlechtes Verkaufsgespräch, habe ich auch schon gehört. Und was du in diesem Fall machen musst, ist dieses Minus letztendlich wieder in einen Plus zu wenden. Das heißt, du musst dem Kunden aktiv Fragen stellen, die er mit Ja beantworten kann. Also sowas wie, ist jetzt wirklich nur irgendwie ein Beispiel, dass man sagt so, sie brauchen, also wollen sie nicht 100 neue Kunden mehr oder wie wäre das, wenn wir ihnen 100 neue Kunden mehr reinholen? So, dass du dir ganz viele verschiedene Ja's einholst. Warum? Weil du dann das Negative ins Positive bringst und der Kunde somit sich das Produkt selbst verkauft. Der stimmt dir die ganze Zeit zu, dass es irgendwo Sinn macht. Das heißt, er verkauft sich das Produkt selbst. Das bedeutet, wenn du im ersten Step hier das Produkt jetzt ihm irgendwie verkaufen willst und er ist negativ getrimmt, weißt du, okay, du musst jetzt Fragen stellen und die solltest du vor dem Telefonat schon immer definiert haben, weil es sind ja im Endeffekt immer die gleichen Fragen in deiner Branche, auf welche Fragen der Kunde tendenziell mit Ja antwortet. Und dann holt ihr euch in diesem Step so viele Ja's, wie es nur geht und versucht dann, sobald er wieder ins Positive kommt, sobald er wieder Sinn drin sieht in deinem Produkt, versuchst du wieder deswegen hier diesen Zwischen-Step, da geht es nämlich wieder darum, das Ganze ins Plus zu leiten, dann versuchst du wieder einen Termin auszumachen. Also wirklich das Ganze ganz, ganz simpel halten. Und was ihr hier seht, Vorbereitung ist alles. Also bereitet wirklich mal so Telefontermine vor, analysiert auch wirklich mal jeden Telefontermin, den ihr letztendlich gehabt habt. Also ich bin damals da gesessen mit einem schwarzen Buch und habe mir immer analysiert nach einem Telefonat, was war gut, was war nicht gut. Und generell ist Telefonabquise auch immer so eine Mindset-Sache, weil es im Endeffekt so ist, du darfst nicht reingehen so mit diesem Mindset, boah, ich brauche jetzt unbedingt den Kunden, boah, ich muss den jetzt unbedingt zu einem Termin abschließen, sondern du gehst im Endeffekt rein und sagst ihm, oder du gehst mit dem Mindset rein so, hey, wenn der das nicht mit mir macht, mir scheißegal, dann hole ich halt seiner Konkurrenz 100 Neukunden rein. Damit du nicht als dieser Verkäufer reingehst, der das jetzt unbedingt braucht, sondern dass du den Spieß umdrehst, du gibst ihm jetzt die Chance. So, so gehst du mit einem ganz anderen Mindset und mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hier vorne schon mal rein. Und deswegen Telefonakquise ist auch ein komplettes Mindset-Game. Ganz, ganz wichtig. Gut vorbereiten, immer gut analysieren, Leitfäden machen statt Skripte, funktioniert viel, viel besser. Und dann kommt ihr da auch definitiv zu euren Abschlüssen. Deswegen schreibt mir doch auch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr momentan Telefonakquise macht. Was auch vielleicht eure Quoten momentan sind, würde mich mal extrem interessieren, weil ansonsten kann ich auch noch mal viel, viel tiefer in dieses Thema reingehen. Ich kann auch gerne mal ein paar Vertriebler von unserem Unternehmen hier mit in so ein Video reinpacken, wo wir mal ein paar Erfahrungsberichte auch zeigen. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Channel für mehr Content im Bereich Business, Unternehmertum, Verkauf, Online-Marketing. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, dein Max. Ciao.